Unter ein ausgerechten Himmler! Feigelei! Feigelei! Sperrt! Sind noch zwei Fehler neuer Befehl? Glaube! Ich hab' mich klar genug! Fehl! Steiger! Göring! Die Logik ne verhaut! Jeder hat mich verlogen! Sogar dir was ist! Feiglinge! Verreter! Ja! Ich bitte! Glauben Sie mir, dass das hin muss! Pulsat! Der Fegelein wandelt rexau! Soll der halt uns darin hindern selbstständig zu denken? Pulsat! 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 Feigelei! Ha-ha-ha! Mami! Mami! Ja und? Ja und? Kimmüa! Hu! Tun Sie was Sie wollen! Das waren exakt seine Worte! Ah! Bunker! Fegelein der Golden Boy! Ja und? Das ist okay, dass die Schwierigkeiten sind! Entschuldigung! Ich bin schon mal! Ich bin nicht gründer! Die ganze Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niedersprächtigter, treuloser Feiglinge! Das ist die Rolle von Hermann Göring! Der anderen Steiners war ein Befehl! wie ich heute den ersten Drehtag habe Zaufele in ihrem eigenen Blut und sage, ob ich nicht zu spüren Hermann Gebet Was hast du aber was gemacht? Die Wandstelle! Ja, den Unserumst Der schleicht er dann gleich wieder ab Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet Von allem Anfang an bin ich doch an Dann ist die 9. Armee verloren Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe Wir sind Soldaten Die eigentliche Szene oder was, was, was